Beatrice Egli, bekannt für ihr strahlendes Lächeln und ihre lebensfrohe Artikel wurde kürzlich in einem Moment der tiefen Verzweiflung gesehen. Tränen rollten über ihr Gesicht, und die Sorge in ihren Augen war für jeden sichtbar. Es dauerte nicht lange, bis Gerüchte die Runde machten, dass Florian Silbereisen, der Mann, dem sie so sehr vertraut, der Grund für ihren Schmerz sei. Was konnte Florian nur getan haben, dass es Beatrice so aus der Fassung brachte? Diese Frage beschäftigte die Fans und die Medien gleichermaßen, und die Antwort war überraschender und herzzerreißender, als viele vermutet hatten. Alles begann an einem gemeinsamen Abend der beiden in einem bekannten Münchner Restaurant, wo sie den Abend in einer vertrauten, ruhigen Atmosphäre zu zweit verbringen wollten. Doch gegen Mitternacht kam es plötzlich zu einer dramatischen Wende. Ein Augenzeuge berichtete, dass Florian und Beatrice in eine hitzige Diskussion verwickelt waren, und Beatrice irgendwann mit Tränen in den Augen den Raum verließ. Ich habe sie so noch nie gesehen, sagte der Zeuge. Sie wirkte zutiefst verletzt und enttäuscht, als ob Florian ihr etwas Unglaubliches gesagt oder angetan hätte. Florian folgte ihr nach draußen, und die beiden standen sich in der kühlen Nachtluft gegenüber. Beatrice wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und flüsterte, wie konntest du das nur tun, ich dachte, wir hätten eine andere Verbindung, Florian. Florian versuchte, ihre Hand zu ergreifen, doch sie zog sich zurück, die Enttäuschung deutlich sichtbar. Es tut mir leid, Beatrice. Ich wollte dir nie wehtun, sagte er, doch seine Worte schienen kaum eine Wirkung zu haben. In den nächsten Tagen verschwanden beide aus der Öffentlichkeit, was die Gerüchteküche noch weiter anheizte. Viele vermuteten, dass Florian vielleicht eine Entscheidung getroffen hatte, die das Vertrauen zwischen den beiden erschütterte. Es wurde spekuliert, ob er ein wichtiges Versprechen gebrochen hatte oder vielleicht sogar etwas noch Schlimmeres ans Licht gekommen war. Die Fans waren erschüttert und suchten verzweifelt nach Antworten. War dies das Ende der romantischen Verbindung zwischen Florian und Beatrice? Es dauerte nicht lange, bis ein Freund der beiden, der anonym bleiben wollte, einige Details preisgab. Laut ihm hatte Florian tatsächlich etwas getan, das Beatrice zutiefst verletzte, doch es war nicht das, was viele vermuteten. Er erklärte, dass Florian ein berufliches Angebot angenommen hatte, das ihn für eine längere Zeit ins Ausland bringen würde. Dies hatte Beatrice völlig unerwartet getroffen, da sie annahm, dass sie diese Entscheidung gemeinsam treffen würden. Für Beatrice war es ein Schock, erklärte der Freund. Sie dachte, dass sie gemeinsam an ihrer Zukunft arbeiten würden, und fühlte sich von Florian im Stich gelassen. Florian selbst versuchte, Beatrice zu erklären, dass es eine einmalige Chance für ihn sei und dass er das Angebot auch im Hinblick auf ihre gemeinsame Zukunft nicht ablehnen konnte. Doch für Beatrice war der Schmerz über diese Entscheidung, die ohne sie getroffen wurde, einfach zu groß. Sie fühlte sich übergangen und unverstanden, was zu der emotionalen Reaktion an jenem Abend führte. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diese Entscheidung zusammentreffen, sagte Beatrice leise zu Florian, während sie abseits der Menge standen. Florian schaute sie an und sagte mit sanfter Stimme, Beatrice, ich verstehe das jetzt. Ich hätte dich einbeziehen sollen. Es dauerte einige weitere Gespräche und viel Zeit, doch schließlich fanden die beiden wieder zu einer gemeinsamen Basis zurück. Florian entschloss sich, seine Pläne zu überdenken und zog sogar in Erwägung, das Angebot abzulehnen und die Beziehung zu retten. Diese Gäste zeigte Beatrice, wie ernst es Florian mit ihr war, und die beiden beschlossen, die Situation gemeinsam zu meistern. Wir haben beide Fehler gemacht, erklärte Florian später in einem Interview. Aber ich habe gelernt, dass nichts wichtiger ist als die Menschen, die man liebt. Und Beatrice ist die Liebe meines Lebens. Beatrice, die sich zunächst betrogen und verletzt gefühlt hatte, fand in Florians Reue und Kompromiss Bereitschaft neuen Trost und Vertrauen. Sie sagte ihm, ich möchte, dass wir gemeinsam Entscheidungen treffen, denn unser Leben gehört uns beiden. Florian nickte zustimmend und versprach, in Zukunft jede wichtige Entscheidung mit ihr zu besprechen. Für die beiden war dies ein Wendepunkt in ihrer Beziehung, der ihnen half, ihre Verbindung zu festigen und die Missverständnisse der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Am Ende dieser turbulenten Phase stellte sich heraus, dass Florians schreckliche Tat nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang für ihre Beziehung war. Die Fans, die die beiden in dieser schweren Zeit unterstützt hatten, waren erleichtert und freuten sich über die Nachricht, dass Florian und Beatrice einen Weg gefunden hatten, ihre Differenzen zu überwinden. Manchmal müssen wir durch schwierige Zeiten gehen, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist, schrieb ein Firma auf Sozialmedia. Ein anderer kommentierte, die Liebe der beiden ist stärker als jedes Hindernis. Ich bin so froh, dass sie wieder zueinander gefunden haben. Mit neuem Vertrauen und dem Wissen, dass sie jede Herausforderung gemeinsam meistern können, starten Florian und Beatrice nun in eine Zukunft, die sie gemeinsam gestalten wollen. Ihre Liebe hat diese Prüfung überstanden, und sie sind entschlossen, aus dieser Erfahrung zu lernen und einander nie wieder so tief zu verletzen.